Steck gefälligst kluges Kerlchen. Wegen deiner Seelenfresser. Bereit für einen Lagebericht? Gut, ich höre. Der Seelenfresser des Südens ist Geschichte. Ausgezeichnet. Weiter. Eines dieser Mistviecher hatte sich in einem Tal im Südosten verkrochen. Das ist nicht gut. Im Norden sollte es keinen Seelenfresser mehr geben. Gute Arbeit. Das sollte der letzte gewesen sein. Gut. Mit den übrigen Gefahren werden meine Männer schon fertig. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Nimm dies als Belohnung. Was habt ihr jetzt vor? Wir werden hier die Stellung halten. Ich werde einen unserer Männer schicken, um nach Verstärkung zu rufen. Die Insel macht mehr Probleme, als ich erwartet habe. Aber nichts, was wir, die Inquisition, nicht schaffen würden. Danke nochmal für deine Hilfe. Ich glaube, ab hier kommen wir alleine zurecht. Ich denke, wir sind hier in der Nähe von 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 der Nä